Mein Name ist Veronika Kumpian und ich bin Lektor an der Fakultät für Politik, Verwaltungs- und Kommunikationswissenschaften und leite die deutschsprachige Studienrichtung der Abteilung für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Für das nächste akademische Jahr stehen 50 Plätze zur Verfügung. Davon sind 17 gebührenfreie und 33 beitragspflichtige Plätze. Für die Zulassung müssen folgende Kriterien erfüllt werden. Der Kandidat braucht ein Motivationsschreiben, das Einschreibformular, die Abiturzeugnisse, den Zahlungsbeleg und Sprachkenntnisse. Sollte der Kandidat kein Sprachzertifikat haben, wird er einen Sprachtest in der Einschreibperiode ablegen. In jedem Studiengang sind ungefähr 20 bis 25 Studierende. Unsere Absolventen können nach dem Abschluss zum Beispiel als Pressesprecher, als PR-Experte, als Imageberater, als Media-Analysten oder als Copywriter arbeiten. Was ist der Bachelorstudiengang? Unser Bachelorstudiengang bietet viele interessante Fächer an. Zum Beispiel zu den Hauptfächern gehören verbale und nonverbale Kommunikation, Verhandlungstechniken, Forschungsmethoden, CSR, Werbung und Werbestrategien, Öffentlichkeitsarbeit, Branding oder politische PR. Unser Studium hat viele Vorteile. Einerseits muss gesagt werden, dass das Studium sehr praktisch orientiert ist. Unsere Studierenden können Praktika in Werbeagenturen oder in deutschsprachigen Unternehmen machen. Oder an Events teilnehmen, wie zum Beispiel an das Werbefestival, welches jährlich am Department stattfindet. Gesagt muss aber auch Folgendes, dass wir jährlich viele Dozenten aus dem deutschsprachigen Raum haben, die an unserem Lehrstuhl interessante Blogvorlesungen und Seminare unterrichten. Am Department haben wir auch den Masterstudiengang im Bereich PR und Werbung in deutscher und englischer Sprache. In jedem Studiengang haben wir ungefähr 15 Masteranden. Die Einschreibperiode findet dieses Jahr zwischen dem 9. und dem 13. Juli 2020 statt. Und am 14. Juli findet das Interview statt. Für die Zulassung müssen zwei Bedingungen erfüllt werden. Einerseits das Interview aufgrund des Motivationsschreibens und des Lebenlaufes und andererseits die Durchschnittsnote der Bachelorprüfung. Während des Interviews wird auf die Kommunikationsfähigkeiten und auf das Sprachniveau des Kandidaten geachtet. Sehr wichtig sind aber auch die Auslandsaufenthalte während des Studiums, Praktika oder Berufserfahrung in unserem Bereich oder in den angrenzenden Bereichen und ob der Kandidat wissenschaftliche Veröffentlichungen hat oder selbst erstellte PR- und Werbeprodukte besitzt. Klangst Kandidat Vielen Dank.